Moin Leute, kleiner Tipp für euch. Nächste Woche am Wochenende ist es soweit. Modern Warfare kommt raus und wenn ihr Bock habt, das Spiel vorzubestellen, macht es über ineba.com. Ihr könnt einfach für 60 Euro 75 Euro PSN-Guthaben kaufen. Nehmt den Code Schappy, spart 3%, kriegt 1 Euro bei der ersten Anmeldung und gönnt euch das geile Game. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich werde euch heute alle Aufsätze aus Modern Warfare vorstellen und ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen. Man konnte es in der Alpha leider so nicht sehen, aber die Jungs, die damals nach L.A. geflogen sind, konnten da ja ein bisschen Content aufnehmen und haben da ja festgestellt, wie es tatsächlich ist und wie die einzelnen Aufsätze für jede Waffe tatsächlich was Positives haben und etwas Negatives. Das ist das erste Mal, seitdem wir Call of Duty spielen, dass wir Aufsatzvarianten haben, die einen Pro haben oder mehrere und ein oder mehrere Contras. Das einzige Mal, wo man das bisher so feststellen konnte, war im Prinzip, wenn man zum Beispiel Schnellfeuer auf eine Waffe gelegt hat, dafür war dann der Rückstoß einfach höher oder wenn man Schalldämpfer draufgelegt hat, dadurch war dann einfach die Reichweite niedriger. Ansonsten hatte man aber trotzdem nie das Problem, dass man zum Beispiel einen Schalldämpfer draufgesetzt hat und man dadurch langsamer zielen konnte oder ein Visier draufgesetzt hat und dadurch langsam mit der Waffe sich bewegen konnte. Das alles haben wir diesmal und damit ihr schon vorab genau wisst und euch überlegen könnt, wie eure Klassen aussehen sollen, denn jeder hat bestimmt für sich so eine Priorität. Der eine möchte einen Schalldämpfer haben, der andere möchte einen Schalldämpfer Stufe 3 haben, also einer der die Schüsse wirklich sehr leise macht, der andere möchte gerne mit der Waffe schneller unterwegs sein. Das alles stelle ich euch heute vor, also lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ganz viel Spaß damit, ich bin raus. So erstmal müssen wir dazu wissen Leute, alle unsere Waffen haben verschiedene Aufsatzmöglichkeiten. Das geht vom Vordergriff über den Schaft, über die Visiere, über Laservisiere, über Muzzle Breaks, also Mündungsfeuerdämpfer, über alles mögliche, das geht komplett hinaus. Dazu haben wir die Möglichkeit ein Perk sozusagen für die Waffe auszuwählen. Insgesamt haben wir die Möglichkeit für jede Waffe 5 Aufsätze zu wählen und anders als in den Games zuvor brauchen wir dafür dann auch nicht extra Punkte ausgeben. Es gibt nicht für jede Waffe die gleiche Aufsatzvariante. Zum Beispiel haben die Pistolen in dem Fall keinen Schalldämpfer, wenn die Sturmgewehre haben und und und, das ist nur ein Beispiel. Und ihr seht, anders als alles was wir zuvor hatten, dass wir Pros und Cons haben. Das bedeutet, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen normalen Schalldämpfer nehmen, den Vorteil haben, dass wir 3 Plusse bei dem Unterdrücken des Schalls sozusagen bekommen. Das heißt Gegner werden mit dem guten Schalldämpfer die Schüssel wahrscheinlich gar nicht hören. Dazu gibt es als Beispiel dann den kleinen Schalldämpfer. Da haben wir wieder ein großes Pro. Dafür haben wir weniger Reichweite, weniger Geschwindigkeit von den Patronen, die fliegen. Mehr Recoil, wenn wir im Scope von der Waffe sind. Dann gibt es den großen Schalldämpfer. Der erhöht auch noch unsere Reichweite. Das heißt, da haben wir zwei Pros. Dafür haben wir dann schlechteres Hipfeuer oder Hüftfeuer in dem Fall. Eine viel, viel schlechtere Sprintout-Time. Das heißt vom Sprinten bis wir die ersten Schuss aus der Hüfte loswerden können. Dann gibt es den Mündungsfeuerbremfer. Das heißt in dem Fall wieder, wir haben viel bessere Kontrolle über den horizontalen Rückstoß. Das heißt von oben nach unten oder vertikal von rechts nach links. Das kommt immer ganz drauf an, was man da hat. Das ist immer nur ein Beispiel dafür. Und da müsst ihr dann ganz genau gucken, womit könnt ihr besser umgehen. Gefällt es euch, wenn die Waffe nach oben kickt? Gefällt es euch, wenn die Waffe nach unten kickt? Nach links, nach rechts? Mögt ihr es gar nicht. Und basierend darauf könnt ihr dann die verschiedenen Aufsätze wählen und müsst immer beachten, dass alles was Negatives hat. Zum Beispiel der 5 Megawatt Laser. Ihr habt zwei Plus beim Thema aus der Hüfte feuern. Aber einer der Nachteile, Gegner können den Laser sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den 1 Milliwatt Laser nehmt oder was auch immer das für eine MW heißen soll in dem Fall, dann habt ihr ein bisschen bessere Hüftfeuer, aber als Nachteil habt ihr gar nichts. Das heißt in dem Fall könntet ihr dann sehen, ich habe ein kleines Pro und nehme gar kein Kontra dafür. Vielleicht besser als drei Pros und ein Kontra. Das heißt, bei der Anzahl an Waffen, die wir dieses Mal haben und der Anzahl an Visieren, dass wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, die Waffen genau so zu machen, wie sie für unseren Spielstil passt. Was aber auch bedeutet, wenn wir uns irgendwo krass vertun bei den Aufsätzen, dass es durchaus so sein kann, dass wir die Waffe eigentlich schlechter machen, als wenn wir gar keine Aufsätze haben. Das, und da will ich ganz ehrlich sein, ist für mich eines der spannendsten Sachen an dem neuen Call of Duty, denn so eine Vielfalt und so viel haben wir bisher noch nie gesehen. Ich habe nur die Befürchtung aktuell, und das muss ich ehrlich sagen, dass bei diesen ganzen Varianten, die wir haben, wieder sehr viel kosmetischer Kram ist, der die Aufsatzvarianten vielleicht sogar besser macht. Das heißt dann nicht nur noch kosmetisch und Geld kostet. Aber das werden wir später sehen. Wir haben verschiedene Varianten von einem Schaft für die Sturmgewehre und für die MPs und für die Pistols und alles. Dann seht ihr wieder, Idle Sway bedeutet, wenn ihr mit eurer Waffe zielt, dann habt ihr es ja schon oft gesehen, dass sie dann, bevor ihr schießt oder sie bewegt, so ein bisschen nach rechts geht, nach links, nach oben, nach unten. Das ist Idle Sway. Und mit den verschiedenen Schaftvarianten habt ihr die Möglichkeit, das entweder zu verbessern oder zu verschlechtern. Aber ihr seht, jedes Mal, wenn ihr eins dieser Varianten nehmt, ihr könnt es euch in den Schaft rausnehmen, dann könnt ihr mit der Waffe schneller euch bewegen, ihr könnt euch während ihr zielt schneller bewegen. Aber der Nachteil davon, ihr habt weniger Waffenkontrolle, ihr habt mehr Rückstoß, der Idle Sway steigt wieder. Das heißt, man muss genau überlegen, aus dieser ganzen Kategorie, die man da hat, welche Aufsatzvariante passt für meine Waffe, für das, was ich spiele. Und das ist dann auch wieder davon abhängig, welche Map spiele ich, welche Modi spiele ich, was ist mein Ziel. Möchte ich zum Beispiel auf einer kleinen Map oder vergleichsweise kleinen Map schnell rushen, dann ist es ganz, ganz wichtig für mich, dass ich eine Waffe habe, mit der ich um Ecken schnell laufen kann, die ich aus der Hüfte vielleicht schnell abfeuern kann. Möchte ich aber eher ein bisschen Stealthy unterwegs sein, dann ist es wichtig, dass ich vom Radar nicht erkannt werde, das heißt Geist wäre dann ein Perk, was Sinn machen würde. Ich möchte einen Schalldämpfer haben, ich möchte vielleicht einen großen Munitionsvorrat haben, weil ich nicht so oft nachladen möchte. All diese Sachen gibt es jetzt zu bedenken. Was auch wieder bedeutet, in der Folgen zum Beispiel, also ich gehe ins Detail für Aufsatz 1, 2 und 3, wird es nicht für einzelne Waffen wahrscheinlich geben, sondern eher für die einzelnen Aufsatzvarianten. Und wo man später sagt, hier macht es Sinn, hier ist das, was es bewirkt an positiven Sachen, viel, viel besser als das, was es runterzieht an negative Sachen. Und selbst die Magazin-Varianten, also ob jetzt ein großes Magazin, ein sehr großes Magazin, ein kleines Magazin, selbst die Magazine, egal oder abhängig davon, wie groß sie sind, nicht egal, das wäre ja falsch, Sorgen dafür, dass euer Movement Speed von den Waffen besser wird, schlechter wird. Das heißt, man hat sehr, sehr viel Content, jetzt schon, und sehr, sehr viel Motivation, viel auszuprobieren, was so in Black Ops 4 zum Beispiel und auch damals in Black Ops 3 nicht war. Man konnte da maximal vier oder fünf Aufsätze auf eine Waffe tun und es gab insgesamt elf oder zwölf Aufsätze und die Aufsätze haben immer das Gleiche bewirkt, bei jeder Waffe. Schnellfeuer, großes Magazin, hat immer einfach nur bewirkt, dass ihr irgendwie eine etwas längere Ladezeit habt und dafür mehr Munition oder einfach nur mehr Munition hattet. Jetzt ist es so, dass ihr so die Möglichkeit habt, wenn ihr eine gewisse Kaliberwaffe habt, also zum Beispiel eine AK-47, Leute, ist aus dem realen Leben 7,62 Millimeter. Das ist das Kaliber von den Patronen, die da reingeht. Ein G36, ein deutsches Sturmgewehr, ist 5,56 Millimeter. Und ihr könnt bei einzelnen Waffen in dem Game, ich kann euch noch nicht genau sagen, bei welchen, weil ich das einfach nicht weiß, könnt ihr dafür sorgen, dass größere Kaliber in die Waffen kommen, mit einem Aufsatz. Das bedeutet, im Prinzip kann man das ganz schlicht sagen, umso größer das Kaliber, umso mehr Durchschlagskraft habt ihr auch. Pistolen zum Beispiel haben 9 Millimeter und ich habe schon zwei Pistolen gesehen, da könnt ihr mit einem Aufsatz 10 Millimeter draus machen. Das macht vielleicht dann 5 mehr Schaden pro Schuss oder 10 mehr Schaden. Das wird sich dann am Ende herausstellen natürlich. Ihr habt verschiedene Griffvarianten. Ihr habt einen Vordergriff, einen Rückgriff, einen Hintergriff, einen großen Griff, einen kleinen Griff. Es gibt glaube ich insgesamt über 88 Variationen, die ihr pro Aufsatz irgendwie über die Waffe stülpen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und ich finde das großartig. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viel Content bringen, sehr, sehr viel Spaß bringen. Es wird aber auch, das ist ein negativer Aspekt davon, sehr komisch sein, wenn ihr dann zum Beispiel eine Waffe aufnehmt, die ihr vielleicht von der Waffenart kennt. Also in Black Ops 3, wenn ihr eine Man of War aufgenommen habt, dann habt ihr immer gewusst, wie die reagiert. Ob da ein Griff drauf war oder nicht, war kein großer Unterschied. Jetzt ist es was anderes. Wenn ihr eine AK-47 in Hand habt und eine andere AK-47 aufnehmt und die hat 5 Aufsätze, die was ganz anderes sind, als die 5 Aufsätze, die ihr auf eurer Waffe habt, dann kann es durchaus sein, dass sie euch erstmal erschreckt. Das sehe ich erstmal als negativ, aber auch als positiv, weil es einfach natürlich auch wieder interessant ist und man nimmt nicht einfach wahllos Waffen auf, sondern überlegt sich, brauche ich Plünderer, brauche ich vielleicht einen der Operator, der mir Munition liefert und und und. Das heißt, um das Ganze passend abzuschließen, es gibt unglaublich viel Möglichkeiten für uns, im neuen Modern Warfare, auch in der Beta, werden wir für ganz MIF, so heißt es ja, diese Waffenplattform, wo wir das alles herstellen können, werden wir so viele Möglichkeiten haben, wie noch nie zuvor und allein an diesen Aufsatzvarianten und dafür, dass es Pros und Cons hat, glaube ich oder empfinde ich das persönlich so, dass die Macher von Infinity Ward sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht haben, dass da sehr viel Herzblut in das Spiel reingegangen ist. Das Einzige, was das wirklich alles am Ende zerstören kann, ist im Prinzip, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr wisst es, Mikrotransaktionen in irgendeinem Sinn, je nachdem, wie es nachher kommt. Und ich hoffe, euch hat das Video heute geholfen, ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen Einblick über das Ganze verschaffen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus, haut rein!